Hallo meine Lieben, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ich habe schon mega lange nicht mehr gevloggt, aber ich habe euch ja versprochen, dass ich euch mal hin und wieder versuche mitzunehmen, wenn es passt. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist Luisas Geburtstag. Heute wird die Luisa fünf Jahre alt. Jetzt hast du keine Jacke. Bitte hol dir eine. Ich mag keine Jacke. Oh, du bist so nervig. Du willst nicht draußen Beschnitte spielen. Trotzdem, du kannst krank werden. Ist mir egal. Oh, haben Sie doch nicht in die Schule gehen, oder was? Wir sind auf jeden Fall ins Auto eingestiegen. Wie ihr seht, weil ich muss kurz los zum Action. Ich habe nämlich keine fünf bestellt. Ich habe für die Luisa so Ballons bestellt bei Amazon mit Mickey Maus und so. Zeige ich euch dann später. Aber ich brauche noch eine Heliumflasche, weil die habe ich auch bestellt, weil die ist nicht gekommen. Die Torte ist alles schon fertig. Haben wir geholt, wir haben sie anfertigen lassen. Bin schon gespannt, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Zeige es euch dann aber auch später. Ich bin jetzt mit dem Michelle. Wie? Beim Patty? Nein. Action. Sorry. Beim Action und wir kaufen Ballons. Was findet ihr besser? Zeig mal Michelle, was ist noch? Was war da noch? Na, das, das, das. Aber ich meine, wie groß ist das? 80 Zentimeter. Und das ist 86. 6 Zentimeter Unterschied. Das ist eine Affe. Was sollen wir machen? Sollen wir das jetzt nehmen, oder das? Mir passt das besser, oder? Weil wir haben ja Mickey Maus Ballons. Nein, nehmen wir das. Okay. Sollen wir auch noch andere Ballons dazu nehmen, so zum Aufpusten? What do you think? Das ist doch Valence, oder? What? Valence? Valence? Ballon. Okay, was machen wir noch? Geschenkpapier haben wir, glaube ich, oder? Wir können solche Lille, äh, rosa Ballons in den Bier. Passt doch gar nicht dazu zu Mickey Maus. So, Mickey Maus ist doch rosa. Ne, schwarz und rot. Achso, ich hätte gedacht, Minnie Maus für mich. Ja, seine Freundin ist rosa. Aber alles egal. Seine Freundin ist rosa. Was für eine Freundin ist rosa? Das ist eine Frau. Wie kannst du es mit deinem Teenager einkaufen? Das ist ein Girlfriend. Was für ein Girlfriend. Das ist ein Girlfriend. Das ist rosa. Oh, Bibi, bitte, die Mami braucht das zum Geschenkern. Und was jetzt? Kannst du bitte mit ihm den Ballon zusammen aufbauen? Ja, gib den Ballon. Das heißt, schau mal. Komm. Schau mal. Schau mal. Wow. Dankeschön, machen wir das zusammen. Okay, gibst du mir das? So, das sind die Geschenke, die muss ich noch anpacken. Ah, ich konnte. Eine Stunde später. Wow. Wow. Was? Ist sie noch? Okay, was hast du verstanden? Was? Also? Okay. We tri. O. Ja. 元孫. Ja. Nein. VSch. Ja. Ja. Kau hat jemandem. Jophobia. Ja. Ja. Ich habe hier. Ja. Und also wir Quelquenzeichen. Und das ist die Torte, meine Lieben. Ist die nicht wunderschön? Die ist so schön. Ich finde die so schön. Ich bin einfach wirklich begeistert. Ich habe sie bei Verzückt gekauft. Die hat schon die Torte für den Patrick gemacht. Für seinen 18. Und ich liebe ihre Torten einfach. Deswegen habe ich nochmal eine bestellt. Einfach wunderschön. Genau nach meinen Wünschen. Ich habe einfach gesagt, sie muss sich kreativ austoben. Ich will einfach eine Mickey Mouse Torte. Ich habe jetzt keine großartigen Vorgaben gegeben. Die Torte spricht glaube ich für sich. Oh mein Gott, die ist so cool. Ich werde sie auf jeden Fall noch mit Kerzen verzieren. Eine Fünfer hätten wir uns eigentlich sparen können, weil da hat sie schon eine Fünfer. Ich werde so ein paar Lebenskerze reinmachen. Mit die Luise auch was zum Auspusten hat natürlich. So, die Deko ist fertig. Schaut mal bitte, wie es ist. Das war so ein Package. Das war so ein Mini Maus, Mickey Maus Set. Das verlinke ich euch. Ist von Amazon. Ist mega cool. Da gab es auch diese Luftballons alle dabei. Und diese Mickey Maus gab es auch dabei. Nein, ich passe. Diese Mickey Maus und die Mini Maus. Und ich muss jetzt nicht sehen. Die fünf haben wir ja beim Action gekauft. Habt ihr ja gesehen. Die Geschenke haben wir eingepackt. So müssen wir mal die Luisa folgen. Luisa, 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 Luisa. Luisa auch mal. Mickey Maus. Du magst auch die Mickey Maus. Fällt dir das? Die Luisa hat auf jeden Fall gestern mit ihren Freunden gefahren. Das habe ich gar nicht gesagt. Am Bauernhof. Was hast du gefühlt? Schweine, Alpakas hat sie Gassi geführt. Das war schön. Ich kann euch gerne ein Foto einblenden. Gestern mit ihren Freundinnen gefeiert. Und heute feiert sie mit uns. Der Vater ist leider nicht da. Der hat sie wenigstens. Also der Rettungswagendienst heute. Aber wir gehen dann später mit ihr was essen, oder? So, ich würde sagen, wir holen die Torte, oder? Okay. Komm, wieder setz dich hin. Wir holen dann deine Torte und dann gibt's auch mal Geschenke. Oh, auf die Geschenke freie ich mich auch. Luisa, du musst dort sitzen. Die Mama, komm gleich. Aber Mama, Lara muss auch zurückkommen. Lara, komm zurück! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Luisa. Happy birthday to you. Wooaaah! Du musst Puff. Du musst Puff. Puste. Eins. Zwei. Drei. Komm, puste. Soll ich mit dir pusten? Zusammen? Sollen wir zusammen pusten? Das ist immer so schüchtern im Geburtstag. Komm, pusten wir zusammen. 1, 2, 3... Super! Ich schlage ein. Ich schlage ein. Ich schlage ein. Super! Kuss, kuss, kuss. Ich will auch kuss sein. Ich schlage ein. Ich schlage ein. Wow, das ist eine schonne toate. Mein Gott. Eine Wunder schonne toate. Das geht. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh mein Gott. Geschenke auspacken ist ein ganz schönes Gefühl. Was ist das? Ich habe keine Ahnung was. Aber Hauptsache der Hahn ist ein. Lieber Klaas. Ein was? Das ist mit Slime. Wer ist das? Slime? Das kenne ich. Mama. Zeig mal Lisa, was hast du denn da bekommen? Das kenne ich. Ein TikTok Buch. Da kann sie mit dem Stift der Liste vorspielen. Aaaah. Sie macht alles aus. Das hat niemand gesehen. Was ist das? Was ist das? Wo ist das? Wo ist das? Mit der Heukabel aufgenommen? 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 Wir wissen schon was das Lieblingsspiel ist. Ich glaube das machen wir. Ja. Ja. Okay. Wir haben jetzt schon Glibber Klatsch gespielt. Wenn ich das mache, dann nur noch das Buch. Mama. Schau mal bitte wie cool. Okay das ist nicht so cool. Ich wollte nur als ein Hautwitz. Das machst du halten? Du machst die Kamera halten? Die Kamera halten? Das geht aber nicht. Du bist zu klein. Bitte nimm die Kamera. Das willst du machen? Das? Okay. Kameraführung bei Billy. Philipp. Wir drehen die Kamera so um. So. Kannst du halten. Fühlst du dich Mama? Hallo. Philipp. Wuhuuu. Ich wollte eigentlich Philipps cooles Ausbild sein. Aber Philipp. Philipp ist schon ready to go. Nimmst du den Philipp mit? Ja. Nimmst du deine Jacke mit? Nein ich geh so. Okay. Jetzt mal weg von da. Philipp ist cool oder boah? Ja. Dann kann ich meine Mütze. Raus. Der weg. Leicht. Aus. Was sagst du jetzt? Wir sind jetzt beim. Mäcki 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 Mäcki. Michal gesagt sie will jetzt mehr üben zu vloggen. Warte. Du musst noch einen fliegigen Snap wegschicken. Nein. Ich habe geschrieben. Ja. Das weiß ich nicht. Ja bitte das nicht drin lassen. Okay. Wieso? Warum sehe ich so kacke aus? Wie kacke? Ja. Ja. Das ist gemein. Nein aber mein Gesicht. Warum ist das so breit? Wir gehen jetzt zum McDonalds. Ich habe 171 Punkte. Wir sind McDonalds Stammgäste. Adi habe ich auch noch? So Papa, möchtest du ein McBlend oder etwas anderes? Ich nehme ein Royal Triss, spannend. Hast du Hunger? Nein Hast du Hunger? Nein. Als längere gehauen. So, mein Lieben, wir essen jetzt mal nur hier so Musik, also. Wir sind wieder zu Hause und die Luisa spielt schon wieder mit ihrem Ziptoe. Das war auf jeden Fall das allerbeste Geschenk, oder, Luisa? Geburtstag. Ja, das allerbeste Geburtstagsgeschenk, oder? Das gefällt dir, glaube ich, am meisten. Geburtstag, genau. Und ich finde das so cool am Ziptoe, man kann das immer erweitern. Die Bücher kann man ja auch extra kaufen. Wir haben jetzt Bauernhof genommen, oder? Ja, auf dem Bauernhof. Und da gibt es halt viele davon. Ich habe hier auch das, der Gruschmello. Und dann habe ich auch noch das, da, wo es immer der Lena. Der Philipp schläft schon. Die Lara und die Michelle sind runtergegangen. Und wir sind mit Luisa, mit ihrem Geburtstagskind. Wie fühlt ihr sich so an, Luisa? Luisa, wie fühlt ihr sich so an mit fünf? Schön. Oh, das ist eine schöne Antwort. Schön, ja? Na gut, wir werden uns jetzt auch vom Lauf abschieben. Eine lieben, oder Luisa? Wir sagen Tschüss. Tschüss. Luisa ist beschäftigt. will you, Programme und Luisa?